Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, es ist ganz schön, was passiert hier auf dem YouTube-Kanal von Metallica. Wir gucken uns heute Ride the Lightning morgen Ina Morata an und danach The Wolf and Man von der dritten Mexiko-Show. Aber erstmal gucken wir uns, wie gewohnt, uns nochmal die Settlers an von dem 22. September, die zweite Show in Mexiko-City. Ja, nichts weltneues Besonderes dabei. Die haben Hardwight und Morphin Flame gespielt. Screaming Suicide, Until the Sleep, Ina Morata natürlich und ja, das sind noch ein paar Fotos. Sehr schön. Also, wir gucken uns erstmal an Metallica Ride the Lightning live in Mexiko-City. Good God Bildung 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 So one help me, please guys help me Try to take it our way I don't want to die Okay Metallica family Together Hey 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 That's what I mean That's what I mean Hey 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 médium Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020